Setze oder lege Dich bequem hin und schließe Deine Augen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und komme langsam zur Ruhe. Mit jedem Einatmen nimmst Du gute Energie in Dich auf, eine Energie der Liebe und des Friedens. Versuche Dir vorzustellen, wie die gute Energie aus Mutter Erde, wie ein weißer Lichtstrahl direkt durch Dein Wurzelschakra in Dich hineinströmt und Deinen ganzen Körper von innen ausfüllt. Mit jedem Ausatmen gibst Du schlechte Energien, welche sich im Laufe der letzten Zeit in Dir angesammelt haben, durch Deinen Mund wieder ab. Lasse sie einfach hinausströmen und fühle den Strom der negativen Energie aus Dir herausfließen. Schicke sie weit fort in die Unendlichkeit des Universums. Und Du stellst fest, wie leicht es sich anfühlt, in eine tiefe Entspannung zu gleiten und die Dinge einfach geschehen zu lassen. Du atmest ruhig und gleichmäßig, ein und aus. Und Du genießt das unbeschwerte Gefühl der Entspannung und der angenehmen Erholung. Eine tiefe Stille und innere Ruhe breitet sich in Dir aus. Beobachte das Ein- und Ausströmen Deines Atems und staune darüber, wie Du mit jedem Atemzug noch tiefer in den Zustand der Entspannung gelangst. Und mit jedem weiteren Atemzug fühlst Du Dich wohler, gelassen und frei. Du befreist Dich von negativen Energien und tankst automatisch neue, frische Energie der Liebe und des Friedens. Genieße Deine eigene Zeit. Denn dies ist der Zeitraum, den Du für Dich ganz alleine reserviert hast. Es ist Deine besondere Zeit. Zeit der Leichtigkeit und Ruhe. Zeit der Geborgenheit. Du ruhst jetzt in Dir selbst und spürst, wie sich Deine Zellen mit jedem Atemzug wieder mit Energie aufladen. Nichts und niemand stört Dich in dieser Zeit. Du darfst jetzt Deine ganze Aufmerksamkeit nach innen richten, hin zu Deinem zweiten Chakra. Es nennt sich Sakralchakra und befindet sich eine Handbreit unter dem Bauchnabel. Hier ist der Sitz der Fortpflanzung und der Sexualität. Gleichzeitig befindet sich hier ein Teil des Verdauungsapparates. Durch die Verdauung der Nahrung erlangst Du automatisch körperliche Kraft und Vitalität. Während Du immer mehr positive Energie in Dich aufnimmst, fühlst Du, wie sich ein orangefarbenes Licht in diesem Bereich bildet. Es entsteht aus Dir selbst heraus, wie ein Wirbel voller Energie und dieser Wirbel leuchtet in einem wunderschönen Orange. Warm wie die Sonne, dreht sich der orangene Lichtwirbel sanft in Deinem Sakralchakra. Das Licht dehnt sich langsam aus und umhüllt nach und nach Deinen ganzen Körper. Lasse Dich ganz in das leuchtende Orange hineinfallen, welches Dich umhüllt. Verweile einen Moment in der Farbe Orange. Du befindest Dich im Zentrum Deiner Emotionen. Große leidenschaftliche Liebe und Hingabe, Lust und kreative Ideen werden hier geboren. Fühle einmal in Dich hinein und spüre den Wirbel der großen Gefühle. Hier werden Wünsche gebildet und neue Ideen verarbeitet. Achte stets auf die Ausgewogenheit Deiner Gefühle und Triebe. Gerät die Balance aus dem Gleichgewicht, so gleitet man allzu schnell in die Welt der Süchte, der Gier und der negativen Emotionen. Daher beschließt Du jetzt, diesen Bereich im Gleichgewicht zu halten. Es ist ein Geben und Nehmen, ein ewiges Auf und Ab. Bewegung Veränderung Harmonie Familie Toleranz Und die Begegnung und der Austausch mit anderen Menschen Sei bereit zu geben Sei bereit zu vergeben Balance Gleichgewicht Stabilität Und zugleich Wandel Sei im Fluss des Lebens Lerne mit Deinen Gefühlen umzugehen Du hast jederzeit die Kontrolle über Deine Gefühle Gedanken formen Gefühle Sei wachsam und achte auf Deine Gedanken Fühle mit Dir Fühle mit Dir Erhöhe Deine Schwingungen und komme in die nächst höhere Frequenz Erzeuge positive Gefühle und schwelge in großer Lebenslust und Lebensfreude Entfache Deine sexuelle Leidenschaft und genieße Dein Leben Lebe Deine Liebe und sei eins mit dem Universum Fühle die Fülle und fühle Dich selbst Liebe Dich selbst Und lebe das Leben Empfange das Glück Sei dankbar Und alles Gute kommt zu Dir Nimm jetzt noch einmal ganz bewusst das orangene Licht wahr Und fühle den leuchtenden Energiewirbel in Dir Sorge für Dich Und lass jetzt noch einmal das leuchtende Orange immer größer werden Und Deinen ganzen Körper durchfluten Fühle Deine Energien und Emotionen Fühle Deine Stärke und Deine menschliche Kraft Ja, das bist Du Stark und lebendig Schaue jetzt noch einmal von oben an Dir herunter Und lass die orangene Farbe zu einem strahlenden Stern zusammenfließen Und deponiere ihn in Deinem Sakralchakra Sei gesegnet Löse Dich nun langsam von Deinen inneren Bildern Und komme zurück in die Gegenwart Verankere die Bilder noch einmal mit einem tiefen Atemzug Und öffne nun voll Vertrauen in die Zukunft Deine Augen Genieße das warme Gefühl der Geborgenheit Und komme jederzeit in diesen Zustand zurück Indem Du diese Meditation wiederholst Ich beglückwünsche Dich zu Deinem neuen Lebensgefühl Und wünsche Dir nun einen wundervollen Tag Voller Liebe und Zuversicht Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!